Tagchen, ihr Lieben. Herzlich Willgong oder herzlich Willkommen. Für die Normalen, ne? Für die Willgonger haben Gong öfter nicht gehört und für die Normalen herzlich Willkommen. So, jetzt dachte ich, Cassie bleibt draußen, jetzt macht sie die Tür wieder auf. Du bist echt mutig. Gestern kriegst du noch eine Kopfnuss hier an der Kante. Da steht sie wieder. Ihr Lieben, verliert den Verstand bitte nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Jetzt habe ich es gar nicht gesehen, ich nehme die für dein Gegenüber, du bleibst die Person Nummer 1. Und Privatlegung bitte hier, werde ich ein Video verlinken, Informationen sind dort zu sehen, wie das abläuft. Und ja, I'm afraid to lose you. Oh, verliert den Verstand bitte nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Habe ich es schon gesagt? Habe ich es gerade doppelt erwähnt? Keine Ahnung. Hier ist man sehr erschrocken oder aufgewacht, dass man dich verloren hat, ja? Geschockt. Wir haben hier, I don't understand. Du kannst das Gegenüber oder dein Gegenüber hier nicht verstehen. Das kann natürlich Freundschaft, Familie, Liebe betreffen. Ex natürlich oder noch bestehend, wie auch immer. Kollegen, du konntest diese Person nicht verstehen oder nicht mehr verstehen. Und hier wird man wach. Hier hat man den Zustand oder die Zeit ist gekommen, wo jemand merkt, dein Verlust ist sichtbar, fühlbar, merkbar, ja? Und das passiert natürlich meistens nach einer Weile, wenn man sich merkt, oh, ja, was denn jetzt hier passiert, das passiert meistens nicht sofort, sondern nach einer gewissen Zeitspanne. Wir gucken mal, was die Engelbotschaften für dich rausspringen lassen. Du kannst das gelassen beobachten. Vielleicht hast du die richtige Entscheidung für dich jetzt hier gewählt. Vielleicht merkst du, dass die Wege immer leichter werden, auch ohne diese Person. Das ist auch wieder so, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Jetzt ist ja schön, dass dir das auffällt. Aber jetzt brauchst du es einfach nicht mehr, ja? Weil du sowieso die ganze Situation nicht verstehst. Vielleicht sind ja auch schon Sachen vorgefallen, die, selbst wenn ihr wieder aufeinandertreffen würdet, auch nicht zu verstehen wären, ja? Und da ist auch immer so die Tücke überlegt, was wurde hier gemacht, was hat man euch angetan? Hätte es überhaupt noch einen Sinn, das Einfachste immer zu benutzen? Komm, lass uns zusammen sein, weil ich kann nicht ohne dich. Aber die Problematik ist ja trotzdem noch da und nicht verschwunden. Also, du verstehst nichts. Und hier ist man wach oder ist in einem Zustand von, ich realisiere, ich bin erschrocken darüber, dass ich dich wirklich verloren habe, ja? Ja, wir gehen heute rein mit dem Tarot, 48 Türen. Wir gucken mal, was du sagen würdest. Und wir gehen auf die Seite deines Gegenübers, dem mir hier bewusst geworden ist, dass durch 6. Kälte nichts mehr ausgetauscht wird. Die wollte er auch noch zu dir. Ja, würde ich mal sagen, ganz, ganz stark, ja? Man merkt, man hat hier die Bindung zu dir verloren, die ist nicht mehr da. Auch das Harmonische, was ihr eine Zeit lang wahrscheinlich geführt habt oder euch aufgebaut habt, das ist weggebrochen. Durch deinen Verlust, es wird einem bewusst. Das, was man gefühlt hat in eurer Verbindung, ist auch nicht mehr da, anscheinend mit neuner Kälte, dieses Wohlfühlen, diese Selbstliebe. Und das Hauptsächliche, man bekommt jetzt hier nichts mehr zurück, es könnte so ein Vermissen sein gerade. Aktueller Zustand, du fehlst, man bräuchte dich gerade vielleicht für irgendetwas, für einen Prozess. Man merkt, alles ist im Schatten bei deinem Gegenüber. Alles ist weg, was einem wichtig war. 6. Kälte, 9. Kälte, 10. Kälte. Bei dir. Du würdest sagen, du hast mich so um den Verstand gebracht oder so verändert, ja? Dass du nichts mehr verstanden hast, die hohe Priesterin liegt ja wirklich auf dem Kopf. Du hast auch gemerkt, dass du dich nur noch gehen lassen hast. Du hast gedacht, du würdest schon so eine Energie hier annehmen, warum wirst du nicht beachtet? Siehst du denn schon selbst so aus, ja? Es war hier nichts mehr aufrechtzuerhalten, es war hier keine Freude mehr zu sehen bei dir, dass man dich beachtet. Du hast dich wirklich sehr lange so oft gefühlt wie ab in die Ecke oder wie bestellt und nicht abgeholt. Du hast gewartet, du hast dich nicht wohlgefühlt, wenn sich jemand hier entzogen hat und sich nicht gemeldet hat. Du hast wirklich nichts mehr verstanden, ja? Es war komplett weg. Selbst dein eigenes Bewusstsein hat hier nicht mehr funktioniert und lag völlig im Schatten. Wir haben zwei der Kälte und das ist eben auch das, was du nicht verstehst. Wie kann man in einer Verbindung solche Sachen machen, die zwischen euch hier passiert sind? Ist für dich nicht erklärbar, ist für dich nicht verständlich. Zwei der Kälte im Schatten, du verstehst nichts von diesem Menschen, ja? Du verstehst die Situation nicht, du verstehst das, was man gemacht hat, nicht. Es ist eine klare Ansage, eine klare Verteilung und jetzt merkt man, was man wirklich verloren hat. Wir gehen mal in das Herz deines Gegenübers. Wie fühlt man? Wir haben acht der Münzen, wir haben eine Verbindungskarte, wir haben der Gehängte. Ich glaube, hier hat dir jemand gesagt, dass man sich irgendwas noch überlegt. Vielleicht hat man sich auch zurückgezogen, um eine Pause zu benutzen, wo du auch vielleicht schon gedacht hast, wozu eine Pause? Hier kann man selbst nicht auf das Ergebnis, hier hat man sehr oft nachgedacht über eure Situation, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Die Kraft für die Beziehung oder für die Verbindung zu arbeiten hatte man hier nicht mehr, ja? Man fühlt auch, dass man viel zu wenig gemacht hat. Die liegt im Schatten, ach, der Münzen. Vielleicht merkt man auch, man hätte nicht mit Arbeit das Ganze übertönen sollen, um sich abzulenken. Man hätte natürlich Prozesse klären müssen, aber man merkt hier auch, für sich selbst im Herzen hätte das nicht sein dürfen. Und wir haben hier eine Schwere, die zu eurer Zeit schon gewesen sein muss, ja? Man ist hier nicht rausgekommen. Das heißt, wenn du hier einen Menschen hattest, der mit Krankheiten oder psychosomatischen Erscheinungen zu tun hatte, sind die immer noch da. Ja, darunter habt ihr vielleicht stark leiden müssen oder man hat euch die Schuld in die Schuhe geschoben, warum dieser Zustand so ist. Hier liegt jemand, der ist psychisch sehr stark angegriffen. Und das ist immer noch so, ja? Ich sage es vorsichtig. Das ist nicht verschwunden. Das ist immer noch so, ja? Dieser Mensch hat sich hier nicht heilen können. Beziehungsweise nicht so, dass du jetzt hier ein Wunder erleben würdest bei deiner Person. Aber ich denke ganz stark, dieser Zustand wird dafür sorgen, dass man dich sehr stark vermisst. Ja, du hast wahrscheinlich auch die Hand im anderen Sinne gehalten für deine Person, gerade in diesen Zuständen, wenn es sehr stark wurde bei deinem Gegenüber. Psychosomatisch oder eben auch physisch kann es ja auch sein. Man merkt, du fehlst hier. Wir haben vier der Stäbe, das ist aber mehr Schatten, wenn man es so nimmt oder auch die Verbindungskarte. Man fühlt, die Sicherheit ist weggebrochen, ja? Die Verbindung der Sicherheit. Man hatte wahrscheinlich doch durch dich sehr stark immer das Sicherheitsgefühl bekommen. Zumindest warst du da, wenn man gekommen ist, ja? Du warst da, wenn man dich brauchte. All das ist einem hier im Herzen bewusst. Hier ist nichts mehr. Wenn man jetzt gerade Sehnsucht hat, bist du nicht da, wie es mal war. Und das ist ja einem auch vielleicht durch den Zeitabstand sehr stark bewusst geworden, dass man hier Menschen um sich herum hatte oder sich für Menschen entschieden hat, die eben nicht das geben, was du mal gegeben hast. Eine Sicherheit, die einem vielleicht hier irgendwann zu viel wurde. Und jetzt hätte man es gerne wieder, ja? Wir gehen mal in dein Herz. Wo stehst du? Mit deinem gelassenen Beobachten. Für mich klingst du von den ersten Karten ganz abgeklärt. Wir haben drei der Kälte. Ja, es könnte wirklich sein, nee, da war eine Person zu viel, da waren Personen zu viel, mit mir nicht mehr. Das ist dir bewusst, das ist dir einleuchtend. Das war so das, was eure Gefühlslage hier gekippt hat, ja? Hier haben sich zu viele andere Menschen eingemischt oder wurden in eure Beziehung involviert, die dort nichts zu tun hatten. Das ist dir bewusst fürs Herz, ja? Dafür stehst du. Das ist vielleicht auch der Grund, warum du es nicht verstehen kannst. Du lässt es nicht zu, dass man dich hier veräppelt oder beziehungsweise auch sich erstmal mit anderen Menschen vergnügt, wo du dein Gegenüber gebraucht hättest. Wir haben hier sieben der Kälte und die ist auch mehr im Schatten. Dir ist bewusst, dass du dich ab einem gewissen Zeitpunkt selbst so noch manipuliert hast, beziehungsweise auch in Illusionen gelebt hast, ja? Du hättest gerne probiert. Du hättest gerne die Vorphase wieder gehabt, wo alles schön war. Aber du merkst, du hast dich selbst in das Licht geführt, ja? Beziehungsweise musstest du hier ganz scharf an dir arbeiten, gefühlsmäßig, dass es einfach eine Illusion ist, das hier zu verstehen, ja? Was hier abgegangen ist, was hier passiert ist. Diese Menschengruppe, diese Gruppe von, du hast es wahrscheinlich sehr oft geahnt, aber das ist nicht mehr dein Metier, ja? Sagt man es so? Metier. Dein Bereich. Lassen wir einfach mal die Fremdwörter weg. Und wir haben auch hier fünf der Kälte. Ja, von deiner Seite aus hast du gemerkt, hat die Leidenschaft abgenommen. Aus diesem gewissen Grund, aus diesem bestimmten Grund. Du feierst diesen Menschen einfach auch gar nicht mehr, ja? Klingt jetzt gerade ein bisschen hart, aber du bist hier weder stolz noch, du hast auch gar keine Lust, deine Kraft hier nochmal reinzustecken nach all dem, weil du wahrscheinlich selbst gar keine Kraft mehr zurückbekommen hast, dich gerade erholst von einem Prozess. Du würdest hier nichts mehr abgeben, ja? Du weißt, wie du alleine gelassen wurdest, wie es niemanden interessiert hat, dass du leidest. Du bist ja einfach komplett in deiner Energie drin. Nein, ich gebe dir jetzt nichts mehr ab, ja? Aufgrund von dieser Geschichte, weil du es einfach nicht verstehen kannst. Egal, wie oft man dir irgendwie einen Grund genannt hat, oder auch wenn kein Grund vorfiel, ja? Wenn man dich einfach so verlassen hat. Du kannst es durch dieses Nicht-Verstehen automatisch auch diese Person nicht mehr verstehen, ja? Du verstehst sehr vieles selbst nicht mehr. Warum du gewisse Sachen noch gemacht hast, warum du so gehandelt hast. Es ist hier ein Unverständnis hoch 10. Die Engelbotschaften sagen nicht umsonst. Beobachte das bitte gelassen. Es sind vielleicht schwierige Phasen hier zwischendurch drin, aber du übertrittst ja die Phasen. Du kommst ja immer von einer Phase in die nächste. Und hier stellt sich jetzt eben das ein, was du schon längst durch hast, ja? Wo du verstanden hast, du hast den Menschen verloren, da bist du schon längst drüber. Weil er dir bewusst ist, da du es nicht verstehst, ja? Da war, glaube ich, dein Schock. Du hast hier etwas nicht verstanden. Jetzt kommt hier jemand rein, der fängt an zu realisieren. Und jetzt ist es für dich irgendwo auch zu spät, ja? Also von den Karten her, nur wenn es stimmt natürlich. Du siehst es hier nicht mehr ein, nochmal den Zirkus zu eröffnen, ja? Es ist jetzt wirklich so zu, zu bei dir. Man hätte dich aufklären sollen, ja, wenigstens. Man hätte dir Sachen mitteilen sollen, aber ich glaube, auch da würdest du nichts verstehen. Wenn es hier irgendwas gab, was vorgefallen ist zwischen euch, dann gibt es von deiner Seite kein Verständnis. Das sagst du klar und deutlich. Es gibt keinen Grund. Und du weißt, dass das zwischen euch stehen würde, ja? Immer wieder. Das hat sich wahrscheinlich so fest gewurzelt durch etliche Prozesse. Immer wieder. Unehrlichkeiten, Lügen, Treuebrüche. Das berühmt der. Und wir haben auch hier neun der Schwerter. Das ist auch wirklich in deinem Herzen. Nee, du verstehst es nicht. Du willst es auch fast gar nicht verstehen. Du bist nicht rangekommen, hier frei zu sein mit diesen Menschen, ja? Selbst wenn ihr nochmal aufeinandertreffen würdet, sitzt du hier im Käfig mit neun der Schwerter im Schatten und du verstehst es immer noch nicht. Egal, was man dir hier sagt. Es ist wie so eine Neverending Story, wie so eine Endlosschleife. Vielleicht hat man dir auch irgendwas erzählt, aber du verstehst es einfach nicht, ja? Und das will nicht in deinen Kopf rein. Du wehrst dich so richtig. Es gibt hier irgendwie keine Tür. Die Tür ist zwar offen, aber es gibt keinen Ausgang, wo du dir sagst, oh, jetzt verstehe ich aber, warum du so gehandelt hast. Es ist für dich einfach vom Herzen her schon, du willst es überhaupt nicht lernen zu verstehen. Weil dieser Mensch dir unheimlich wehgetan haben muss oder dich enttäuscht haben muss, da gibt es nichts zu verstehen, ja? Und für mich bist du heute wirklich in so einer Ansage schon fast gar nicht mehr mit Gefühl, sondern lass mich in Ruhe, ja? Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Geh einfach, ja? Du verstehst es nicht. Und vielleicht hast du auch ein bisschen Bammel, dass du trotzdem einknicken würdest, wenn man hier wieder so charmant auf dich zukommt, weil das wahrscheinlich auch immer die Wellen waren, wo man eben dich gebraucht hat. Aber du bleibst hier wirklich sehr standhaft und sagst bei aller Liebe, es gibt hier kein Verständnis, ja? Du kannst es gar nicht ändern. Wir haben für die Zukunft sieben der Schwerter. Du wendest dich von jeglichen Lügen ab. Du weißt auch, dass vieles noch nicht mal angesprochen ist oder an die Wahrheit oder ans Licht kam, ja? Du hast hier immer noch das Gefühl, dass du hier mit unbeantworteten Fragen rumläufst, die dich beschäftigen, die dein Gegenüber hier nicht gelöst hat, dich nicht davon entbunden hat, dir die Wahrheit zu sagen. Du hast immer wieder das Gefühl, da ist noch mehr, ja? Da war noch mehr, was abgelaufen ist. Das begleitet dich in der Tendenz. Es ist nichts frei. Oder die Lügen würden sich eh wieder wiederholen, ja? Da war ja gar nichts passend. Wir haben eine Verbindungskarte. Die Sonne. Ja, für dich war es Hauptpunkt Nummer eins. Wenn die Verbindung natürlich hier steht zwischen Menschen generell, sollte bei jedem Menschen normal sein, musste die Klarheit einfach da sein, musste die Ehrlichkeit auch da sein. Bei jedem Scheiß, bei jeder Problematik. Hauptsache, es wird geklärt. Hauptsache, man wird hier nicht im Dunklen stehen gelassen, ja? Im Schatten oder sonst wie. Von Anfang an war dir wichtig, Spiele mit offenen Karten, sodass wir hier nicht beide ins Labyrinth rennen und uns beschatten, ja? Beschatten könnte auch ein gutes Wort sein. Wir haben hier... Der Tag wird für dich nicht kommen. Für dich ist es erledigt, ja? Wir haben hier das Gericht. Für dich ist es entschieden. Du möchtest auch nicht mehr daran denken, dass es eines Tages so sein könnte zwischen euch. Für dich ist es einfach wirklich entschieden. Es gehört der Vergangenheit an, weil du all das hier nicht verzeihen könntest. Ja, du weißt, du würdest hier das nicht mehr in die Sonnenseite kriegen. Es ist einfach nicht verständlich, was hier passiert ist. Es gibt dafür keine Entschuldigung. Es gibt auch keine passende Ausrede. Es gibt keinen Grund für dich. Und deswegen kannst du dich zurücklehnen und alles gelassen beobachten, weil du erkannt hast, du bleibst in deiner Energie jetzt, ja? Alles, was du nicht verstehst, hat bei dir im Leben auch keinen Platz. Wenn natürlich auch jemand, die die Blockaden zu lösen, verwehrt, ja? Wir haben acht der Schlüssel, wollte ich sagen, acht der Stäbe. War auch eine Verbindungskarte. Die Entschiedenheit von euch beiden muss stark gewesen sein, ja? Ihr habt eine Zeit gehabt, da habt ihr wirklich versucht, an Problemen zu arbeiten und hier auch die Schlüsselerlebnisse von euch selbst aufzuarbeiten. Ihr habt probiert, Kompromisse einzugehen. Ihr habt verschiedenste Lösungen probiert, um zusammenzufinden, um weiterzukommen. Aber irgendwie war ein Schlüssel wirklich sehr, sehr falsch oder die Wucht so stark, dass man dafür auch keine Lösung mehr finden konnte und dass du eben wirklich gesagt hast, bei aller Liebe, ich nehme keinen Schlüssel mehr, um zu gucken, wie die Lösung jetzt aussehen würde, ja? Was hier noch passt. Du entscheidest dich einfach, einen Schlüssel für dich zu nehmen und nicht mehr für dein Gegenüber. Das war zu viel, ja? Ihr hattet hier zu viel aufzuschließen, zu viele Themen zu bearbeiten, die hinter geschlossenen Türen waren. Wir haben hier den Buben der Schwerter. In der Tendenz hast du auch gelernt, du kannst hier nichts mit jemandem anfangen, der sich nicht bewusst ist, was er macht und wo es hinführt, ja? Es ist hier jemand, der sich seinen Konsequenzen nie bewusst war. Auch wieder so dieses unreife, naive Handeln und Denken, das wird schon vielleicht nicht rauskommen oder das kriegt man nicht mit oder heimlich Toreien. Man hat sich hier auch benommen wie der letzte Arsch aus der Ecke. Ob Mann oder Frau spielt keine Rolle, aber du merkst einfach auch, für so dumm braucht man dich nicht halten, ja? Du hast einfach auch gemerkt, dass hier die Prozesse vom Reifegrad einfach nicht zusammengepasst haben können. Wir haben Ritter der Kälte, ja auch du wirst den Teufel tun, in der Tendenz, mit dieser Person nochmal anzuecken, ja? Du hast nicht mal das Gefühl, dass du ankommen müsstest, weil es dich einfach auch gar nicht mehr interessiert. Du hast es hier wirklich geschafft, eine Grenze zu erschaffen. Dich interessieren diese Sachen, die vorgefallen sind, schon gar nicht mehr. Es war mal natürlich anders. Aber es steht hier einfach auf dieses Ich verstehe es nicht und werde es deswegen auch nicht zulassen, dass mir jemand erklärt, dass du es zu verstehen hättest, ja? Du willst es auch gar nicht verstehen, weil es für dich nichts zu verstehen gibt. Man könnte hier nicht um Verständnis bitten. Das ist so deine Tendenz, ja, wo du hart bleibst. Hier bekommt jemand nichts mehr von dir. Hier hat man den Bogen überspannt, auch wenn du vielleicht noch Gefühle in einer anderen Art, Form und Weise hast. Aber hier wurde etwas übertrieben und dadurch, dass du hier wirklich kein Verständnis mehr dafür hast, gibst du nichts mehr von dir, ja? Du bleibst wirklich in diesem Es funktioniert auch gar nicht, ja? Selbst wenn du wollen würdest, würdest du merken, du kannst nichts tun, ja? Du bist hier zu fein. Du willst auch gar nicht. Du merkst, dieses Gefühl hat sich so verdreht und umgedreht, ja? Es war mal anders. Du hättest gerne irgendwie eine feinfühlige Art noch mit reingebracht. Aber es ist jetzt so der Zeitpunkt für dich, wo du sagst, nein, nicht mal das treibt dich vorwärts, ja? Nicht mal eine emotionale Nähe hast du hier so im Gefühl, dass man diesen Menschen vielleicht zuhören könnte, wenn man kommen würde. Für dich ist hier wirklich so der Prozess, du hast genug verstanden für dich selbst, was du definitiv nicht möchtest. Aber Verständnis aufbringen für diese Sache, die hier passiert ist zwischen euch, überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. Und das ist schön, dass du hier in einem Prozess bist, wo du gemerkt hast, du hast dich hier völlig vereinnahmen lassen, ja? Oder beschlagnahmen lassen oder wie auch immer. Du feilst hier selbst an deinem neuen Weg mit drei der Münzen. Das ist so eine Energie, wie ich schaffe das schon selbst. Ich fange zwar von unten nochmal an oder neu, aber ich schaffe das schon. Ich habe jetzt wahrscheinlich einen besseren Klarblick für meine Zukunft als mit dir zusammen, ja? Du kannst dich hier alleine auf dich selbst konzentrieren. Deine Kraft wird hier wirksam, die vorher durch dein Gegenüber hier immer wieder gebremst oder verdreht wurde. Du hattest ja nur noch Nerven für diesen Prozess, was du nicht verstanden hast, ja? Und jetzt geht es hier einfach rein. Nie wieder in diesen Teufelskreis, ja? Den hast du schon ein paar Mal gesehen oder bist diesem auch schon ein paar Mal begegnet. Du hast dich abgewandt, du weißt die Schattenseiten, die hier nicht gestimmt haben. Das können Süchte jeglicher Art gewesen sein, von Sexsucht bis hin zu Drogensüchten, zu Abhängigkeiten von dieser Person, einfach selbst. Aber der innere Wert war vielleicht völlig verhauen, ja? Du hast dir selbst Gedanken gemacht, du spielst selbst auch mit diesen Gründen. Warum war es genau diese Person? Warum hast du hier so lange daran festgehalten? Wo liegt deine Abhängigkeit zu dieser Person? Nach was bist du auf der Suche in deinem Leben, ja? Was hat dir hier gefehlt, was dir dieser Mensch geben konnte? Du wendest dich komplett von deinem Menschen hier ab, energetisch auch, ja? Du willst einfach nicht. Nicht mal irgendwie, selbst wenn du wollen würdest, du willst nicht. Du hast dir hier wirklich vorgenommen, das, was du nicht mehr verstehst im Leben, brauchst du nicht, ja? Du hast hier wirklich eine großartige Erfahrung oder Reife gelernt, das, was du nicht verstehst, musst du nicht verstehen, ja? Bei aller Liebe, bei allem Leid, du bist raus. Du bist wirklich raus, weil dieser Teufelskreis, den du hier gesehen hast, muss dich wahrscheinlich wirklich erstmal dahin geführt haben, um zu sagen, ich habe mich selbst ja nicht mal mehr verstanden, weil die Hohepriesterin war ja im Schatten, ja? Das heißt, nicht mal nur die Situation und den Menschen, sondern auch du hast dich selbst nicht mehr verstehen können, was hier passiert, ja? Und das hat dir, glaube ich, in manchen Anteilen Angst gemacht. Wir haben Königin der Münzen. Du merkst, dass deine Kraft hier wieder kommen, ja? Du ziehst hier durch, auch wenn es gerade bei drei der Münzen war, aber du ziehst hier durch, du kennst dein Ergebnis. Wenn du möchtest und schaffst, dann machst du und schaffst auch. Hier kommt eine großartige Münzkraft. Hier wird etwas umgesetzt in einer Art bis zum Endpunkt, bis zum Endziel. Du hast hier irgendwas vor, einen Plan oder auch ein Projekt. Irgendwas steht für dich an oder bevor. Du räumst auf. Währenddessen räumst du auf, ja? Den ganzen Ballast trägst du hier weg und du bist da hier schon bei drei der Münzen ganz gut dabei. Aber du hast eben noch so ein bisschen aufzuräumen, was aufgrund von dieser Verbindung hier einfach noch drin hängen geblieben ist. Und du weißt, als Königin der Münzen schaffst du aufzuräumen. Wahrscheinlich ist hier auch sehr viel Schutt noch von deinem Gegenüber drin, ja? Das sind nicht unbedingt mal die Ballaststoffe, die nur für dich oder zu dir gehören. Ich glaube, du trägst hier wirklich sehr viel Baustelle auch von deinem Gegenüber mit, ja? Man hat dich nicht so machen lassen, ja? Man hat deine Liebe hier nicht erkannt, warum du gewisse Sachen machst. Es könnte sein, dass man sich hier wieder gegen dieses Muttergefühl wehrt, weil man es nicht kennengelernt hat oder auch gerade das haben wollte und irgendwann wurde es vielleicht zu viel, weil man gemerkt hat, man wird getriggert durch Mutterthemen. Du durftest hier nicht mehr die erste Geige spielen oder auch nicht mehr die vertraute Person so sein, wie man dich eigentlich mal an diesem Platz hochgesetzt hatte, ja? Man hat dir hier das Vertrauen abgeschlagen, obwohl du gar nichts gemacht hast. Man hat dich nicht mehr in Liebe handeln lassen und das ist für dich, glaube ich, das Größte, was du hier nicht verstanden hast, wie kann man deine Liebe oder wie kann man das, was du beabsichtigt hast aus Liebe einfach wegschmeißen, ja? Wie kann man deine ganzen Hilfen, die du angeboten hast oder das, was du für diese Person gemacht hast, wie kann man das einfach ignorieren? Wie kann man sich andere Menschen reinholen? Für was hast du gearbeitet? Ja, für was warst du da? Warum hat man deine Liebe nicht gesehen? Das ist so der größte Knick in dieser Unverständlichkeit. Du musst ein bisschen aufpassen, verliere dich hier nicht für andere Menschen, dass du überhaupt keine Liebe mehr abgeben möchtest, sondern es war eben auch nur falsch platziert oder eine falsche Zeit, wo du einfach zu viel von dir gegeben hast, dann auch wieder lernen, Grenzen zu setzen, und nicht nur zu setzen, sondern auch die Grenzen wirklich durchzuziehen. Wir haben hier vier der Schwerter. Ja, du weißt, es hätte keine Ruhe gegeben. Ja, hier war wahrscheinlich wirklich sehr viel Stress. Du musstest dich zurückziehen, weil du keine Ruhe gefunden hast. Das liegt auch im Schatten. Du wurdest in Irrwege geführt. Du warst auf dem Irrweg. Du warst auf dem Holzweg. Du hast selbst nicht gewusst, bleibe ich? Soll ich gehen? Was passiert als nächstes? Kennst du schon? Du hast dein Vertrauen selbst an diese Person oder an diesen Verein hier nicht mehr gehabt, ja? Du wusstest nicht mehr mehr selbst, wo du hinläufst. Und für dich ist wichtig, deinen Weg hier wiederzubekommen mit Licht. Diese ganze Verblendung, ja? Dieses ganze Blinde muss aufhören für dich. Dein Weg muss ins Freie. Dein Weg muss wieder in den Weg des... oder ins Verständnis rein, ja? Sonst eierst du hier nämlich auch eine Weile blind durch die Gegend und bekommst keine Ruhe mehr. Hier weiß man, man kann nichts mehr tun. Man weiß, man hat dich verloren. Man kann nur noch zugucken. Vielleicht wird einem hier auch in der Tendenz bewusst, dass man die ganze Zeit nur noch zugeguckt hat, wie alles dem Bach runtergeht, ja? Wie man dich hat leiden sehen, wie man jetzt daran denkt, dass es dir besser geht. Man würde gerne viel mehr sehen, viel mehr wissen, viel mehr erfragen, aber man weiß, man kommt nicht an dich ran, ja? Hier ist so ein Punkt, man hat es wirklich verstanden, dass man hier irgendwas hätte besser handeln müssen. Und das sind vielleicht auch die Stäbe, die du hier gerade wegräumst, ja? Fleißig, stark, alles, was man dir hier kaputt gemacht hat in deiner Seele, hast du gerade aufzuarbeiten und Zehen der Stäbe ist einfach auch das, wo man wirklich die ganze Zeit nur zugeguckt hat, wo man dich vielleicht in der Tür oder hinter der Tür stehen lassen hat, wo du zugucken musstest. Hier switcht auch wahrscheinlich die Energie vom Gefühl, dass man Echtheit jetzt fühlen darf, wie du gelitten hast. Ja, das nahm ja gar kein Ende, ja? Mit der Skorpionenergie, diesem schmerzhaften, im Schatten, das hat ja gar kein Ende genommen. Hier wird man in der Tendenz damit bearbeitet, warum hast du hier keinen Stopp gefunden, ja? Sagt man zu sich selber. Warum hat man hier maßlos übertrieben? Warum hat man hier nicht vorher ein Ende gesetzt und hat sich nicht entscheiden können? Hat hier Sachen bis zum Gehtnichtmehr durchgezogen, bis man wahrscheinlich wirklich krank wurde, ja? Wir haben hier fünf der Münzen, bis nichts mehr ging. Man wird hier schön konfrontiert mit den ganzen Sachen, warum hat man es so weit kommen lassen, bis nichts mehr ging. Warum ist man jetzt erst in der Lage, I'm afraid to lose you? Man merkt und weiß aber selber, dass man der Verursacher für dieses Stopp ist, ja? Weil damit wird man hier konfrontiert, damit wird man sich beschäftigen müssen. Wir haben hier die Gerechtigkeit, ja? Hier kommt es auch rein. Man ist sich bewusst. Das, was man dir angetan hat, war definitiv nicht gerecht. Wir haben hier die Waageenergie. Man hätte hier auch kein Recht, einfach zu dir zu kommen. Das ist einem schon klar. Oder es sind auch wieder die Sätze, das geschieht mir recht, dass ich jetzt erst merke, wie wundervoll du warst. Deswegen vielleicht auch darauf, worauf du die ganze Zeit schon gewartet hast, gelassen beobachten, wann kommt der Punkt. Vielleicht ist er jetzt für dich da. Wir haben hier die Verbindung. Jeder muss sein neues Leben angehen, ja? Anders funktioniert es gar nicht. Weil das, was man hier wahrscheinlich verbrochen oder zerstört hat, hätte kein Gewicht auf einen Neuanfang, ja? Hier müsste sich eine Person komplett neu entwickeln, weil man auch sehr stark mit seinen mentalen Problemen zu tun hatte. Hier könnte ein Ausraster hinterstecken, launische Akrobatiken, ja, wie von dich schuldig gemacht, ja? Du bist schuld, dass das so gekommen ist. Aus Wut zu sich selbst. Beschimpfungen, die nicht richtig platziert waren, wenn überhaupt sogar richtig platziert, wenn man davon reden kann, ich glaube nicht, aber man hat sich hier sehr stark gewehrt, ja? Wir haben hier den Buben der Kälte. Man findet den Weg nicht, ja? Man findet in der Tendenz oder in der Zukunft hat man wirklich Probleme, sich auf neue Menschen einzustellen, weil einem bewusst wird, ihr hattet eine Sicherheit, ihr hattet irgendwie auch mit zehn der Kälte diese Harmonie. Man merkt, hier klappt nichts. Egal, was man sich hier Neues gesucht hat oder vorgestellt hat, man läuft hier im Kreis, ja? Hier funktioniert nicht das Neue Schöne, was einem loskommen lässt von dir. Man merkt wirklich rückblickend, wie so oft, ich habe dich verloren für was, ja? Für was hat man dich verloren? Für was hat man dich gehen lassen? Man ist wirklich regelrecht erschrocken über diesen Prozess, wie es hier für diesen Menschen läuft und eventuell auch, dass man so ein bisschen auch an den Handlungen gemerkt hat, du rennst hier nicht mehr hinterher, ja? Wie so ein Hund. Wir haben hier sechs der Münzen. Das ist wirklich der größte Wunsch. Ach, könnten wir doch nochmal, ja? Du liegst hier so richtig schön in Erinnerung, was ihr euch mal geteilt habt. Vielleicht auch, dass die Überraschungen von deiner Seite immer geplant waren oder auch nur von dir kamen, statt von deinem Gegenüber. Man ist sich hier vielleicht auch zum ersten Mal über die kleinsten Dinge bewusst, die du ins Rollen gebracht hast, ja? Kleine Dinge, kleine Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten, die einem hier reinkommen in, warum habe ich das nicht geschätzt? Warum habe ich es nicht mit dir geteilt? Warum habe ich die Freude dort nicht gezeigt? All so eine Themen, ja? Hier ist jemand bei sechs, der Kälte Man schafft es noch nicht, die Verbindung zu lösen. Man weiß, man hat da sehr starke Probleme. Man sieht die ganzen Blockaden, man sieht wirklich Baustellen über Baustellen. Man will es nicht wahrhaben, dass du nicht mehr da bist, obwohl man wahrscheinlich der Verursacher hier war. Wir haben noch eine Verbindungskarte. Wenn ich dir sagen könnte, ja, liegst du hier in der Verbindung der Attraktivität, der Schönheit, dass man stolzer dich hätte auf dich sein können und dir das nie übermittelt hat, dass man dir das nie gesagt hat als Königin der Stäbe. Man war verbunden mit Stolz. Man war auch verbunden mit der Leidenschaft zu gewissen Dingen, die dein Mensch im Leben davor vielleicht nie kennengelernt hat. Man ist sich bewusst, was man hier verloren hat und die ganze Zeit nicht mehr gefunden hat. Wir haben hier, ja, könnte Manipulation natürlich sein. Es könnte aber auch sein, dass man sich hier ganz stark um 180 Grad drehen muss und sagen muss, ich muss die Prüfung jetzt angehen. Ich muss mir bewusst werden, dass ich nicht nur eine Sache ausleben kann, sondern auch vier Elemente brauche für vier der Stäbe der Sicherheit, ja, sozusagen, um das Fundament zu halten. ich war nicht verantwortungsbewusst, ich war nicht in Verpflichtung eingebunden. Hier hat man sich um andere Sachen gekümmert, weil du einfach auch alles getragen hast, wahrscheinlich als Zuschauer. Man wird hier merken durch diesen Bruch, dass du wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt durch dein Unverständnis dafür sorgst, diesen Menschen nichts mehr zu geben, dass man eigentlich alles hatte, was man sich hätte wünschen können, was nie wieder eingetroffen ist, ja. Mit Bube der Kälte. Klar, hat man sich umgeguckt, hat er auch wahrscheinlich Menschen, deswegen ist er hier auch ein Unverständnis, aber es ist nicht in die Entwicklung gegangen, ja. Und das bedeutet für dich, bleibe bitte bei dir. Wenn hier wirklich schlimme Prozesse waren, dann wirst du natürlich trotzdem entscheiden, ja, wenn es mal den Tag gibt, wo ihr euch aussprechen wollt oder könnt, dann wirst du natürlich für dich entscheiden, ist ja ganz klar. Aber von der Energie würde ich sagen, du willst damit nichts mehr zu tun haben, ja. Du verstehst es einfach nicht. Du wirst es nie verstehen, was mit dir hier passiert ist, du kannst es auch gar nicht irgendwie verzeihen. Hier ist so eine große Wut einfach drin. So ein Unverständnis, ja, wie konnte ich diesen Menschen überhaupt an meine Seite lassen? Ich verstehe es nicht. I don't understand. Wir gehen mal mit Code Tepperwein rein. Wir haben hier, ergreife die Initiative. Bleibe wahrscheinlich in deinem Fokus, Königin der Münzen zu werden, zu sein. Dein Ziel zu verfolgen, deine Welt, ja. Drei der Münzen, du bist ja schon dabei, du bist in Entwicklung, du bist in Bewegung, du bist nicht stehen geblieben. Du bist hier gerade wirklich in der Phase, etwas durchzuziehen, Platz zu finden, Platz zu schaffen, neue Projekte zu halten, dich um neue Projekte zu kümmern. Deine Vision für den Samstag beziehungsweise auch die daraus entstandene Vision seit eurer Verbindung. Schutz ist alles, ja. Wer dich hier verarscht oder wer dir auch nicht mehr den Schutz gibt, wie du ihn als Herrscherin gegeben hast, mit sehr viel Liebe, ist einfach für dich kein Kavaliersdelikt, ja. Da bist du raus. Wir haben auch hier die fünf, haben wir wieder den Hierophanten. Ei, das ist dir bewusst. Das ist kein Trauma, das ist keine Aufarbeitung, sondern das ist dir bewusst. Das ist das, was dir wichtig ist. Schutz, ein Wohlfühlen, eine Unbeschwertheit zu erleben, weil du siehst, sie gibst. Und das ist alles, was du von deinem Gegenüber oder von Menschen möchtest, die mit dir in Kontakt stehen. Den gleichen Schutz, wie du ihn gibst. Und das ist, glaube ich, auch mit diesem Alles, was ich nicht verstehe, bleibt ab sofort draußen. Alles, was du nicht machen würdest, hat für dich auch keine Chance, wieder reinzukommen. Du bist an deinem Verständnis irgendwo gewachsen, weil du es nie verstanden hast, ja? Klingt jetzt komisch, aber du bist an deinem eigenen Verständnis für gewisse Sachen wirklich gewachsen, weil du viele Sachen hier nicht von deinem Gegenüber verstehen oder verstanden konntest, weil es über die Grenzen hinaus ging, ja? Und ich bleibe dabei, hier liegt ein Mensch, der möchte, ob hier jemand zurückkommt oder nicht oder um eine Entschuldigung bittet, das wird es nicht mehr aufwiegen, ja? Du kannst es nicht vergessen, verstehen, du bist hier drin in deiner Münzenergie, in der Kraft, die du gerade holst, ja? Bevor es demnächst jetzt auch ins Luftzeichen übergeht, da könnte dein Gegenüber anfangen, wirklich mit diesen Maßnahmen zu kämpfen, zu haben, mit diesem Urteil von das war hier alles ungerecht, ja? Ab da an könnte es wirklich losgehen, weil momentan bist du hier in der Münzkraft wirklich noch drin und kannst aktiv wirken, du bist hier gerade in der Phase, wo du wirklich sehr stark aktiv wirkst, Sachen genießen darfst, Sachen genießt und zum ersten Mal sagst, auch das geht ohne diesen Menschen, ja? Du verstehst so vieles nicht. Warum, wieso, weshalb? Und wenn wir in die Waage übergehen, fängt hier der Prozess an. In der Tendenz, was habe ich hier vermasselt? Ihr Lieben, habt einen wunderschönen Samstag. Tschö-Gong, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt in eurer Mitte, wie immer, und bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüssi, ihr Lieben, und danke fürs Zugucken. es gibt. in der Tendenz, die in der Tendenzr